wartet wartet einfach unentschieden Das ist auch wieder eine Basic-Map, aber man kann alles in einem Schlag schaffen, stand in der Beschreibung. So wie der Piraten. Okay, die Musik, Bro. Die Musik. Wir sind jetzt so auf einer Ranch arbeitend. Komplett. Jetzt kommst du ein Pferd angegriffen. Einfach Red Dead Redemption. Kors auf den Weizen. Wir spielen so Karten auf der Terrasse und warten so. Das ist viel zusammengetrieben. Wir bleiben über 80% stehen. Das ist doch am Mund, geil. Don O's Dungeon auch noch, ja klar. Das ist in Texas. Oh, geil. Ich mach gleich einen Triller an die Jungs. Was geht? Boah. Oh nein, ich will spielen Neustarten, dass das richtig gut ist. Bukuuu. Aber es ist nicht so schwierig, glaube ich. Ich spiele mit einem Frachen schwierig. Wo braucht man ihn rein? Nein. 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 Ich warte. Du kannst dich bei einer Sekunde einladen. 1,26, ja. Elkulieren. Nein. Der war so gut. Oh, hast du schon geschossen. Mann, so gut. Oh, ich glaube, du kommst nicht wahr. Okay. Ich bin auch in der Wortschrange, Jungs. Nicht Schlagmal, nicht Schlagmal. Jungs, ich bin auch in der Wortschrange. Okay. Neuwurf, Deja Vu. Halt auf mehr. Halt auf der Pferd. Ohhhhhhh. Neuwurf. Lass mich nicht. Oh mein Gott. Okay. Jetzt nicht die Idee, was wir alle drauf sind. Ohhhhhhh. Wir können alle auf der Pferde... Nein. Wir haben jetzt erst mal Jorgung oder Augsaube. Oh, den Wortschrange. Was macht der? Der Joachim Kugel sauber auf dem Arsch Der Vater reingekommen Vater bei der Abwege Als du den KMS rein hast du gesagt, na du Zotter Danke! Junge Maul Bin da Digga Maul, du hast so ein Glück Bin da Alle Zocker, alles gut Oh, Alter Beide holen wir uns Was für alle zocken Ja, da hat die Idee auch mal gequieft Aber ich weiß nicht, ob die Idee uns fällt Was? Was? Oh, ich finde ich so scheiße, dass sie nicht reinmachen können Das finde ich gut daran Das heißt, du musst gegen mich schlafen Fortnite 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 Solange es kein normales Battle Royale oder Fighten ist Irgendwas lustiges können wir machen sogar Ja Mit Fortnite glaube ich es kann schon Sie werden können wir uns machen Geht nur auf YouTube Video Nein, irgendwie haltet sie oder sowas können wir machen Ich und den Ich und du gehen separat Komm, 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 komm Warum es über Fortnite? Nee, das, lass das fort Wenn mir geht über Fortnite nicht gut War nicht die Frage Naja, du hast es gepaart dazu Ist doch gepaart dazu Ist doch gepaart Ja, ist schlau Oh mein Gott Oh mein Gott, wir hatten da hierher Ich muss nicht viel rein Ne Einfach Treppe Ich Hodeu Ogeu Hodeu 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 Und Und war Maul für die Dreier Musst du nochmal zu 50 Füße War sehr ausgerechnet, ja Ich Also wer hat dir dabei bei Fortnite? Und konzentrieren wir auf die Rente, macht Stress Einfach irgendwo aufreht Ich bin einfach gesprungen, wo ich über das Ziel gesprungen habe. Alter, da ist ein Rindwerk gelaufen, jedes Mal einfach mit dem Lasschen. Ja, zusammen. Stiere sind gestern abgehauen. Och, Mom, wie unlucky bin ich. Wo ist das Loch? Komm mal auf, du hast du. Er macht ganz alten Sachen. Ich glaube, ich bin über das Loch gesprungen noch, ne? Er liegt jetzt unten im Weg. Er hat über das Loch auf unser Leben gesprungen. Nein! Wenn ich jetzt wieder drüber springe, ne? Ich bin ganz froh. Nein! Waradress! 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 Oh! Also, Ferdratch macht zu viel Stress. Nichts mehr Gutes im Kopf. Mein Bruder krieg ich mal wieder in Fortnite geschenkt. Ich bin so... Mein Bruder ist mal wieder in Fortnite geschenkt. Wo bist du hier hin? Ich check das noch nicht. Der muss komplett. Achso. Hä? Oh mein Gott, ja. Ja, man muss da zurück. So, warum hat man nicht gecheckt? Oh, dann tue es glaube ich gut hier. Ah, ok. Wow, auf 3 ist gut. Super. Das ist ein Steak. Oha! Oha! Das ist ja auch so. Das ist ja ein Schattenbox, die Most Importance. Das hat er mir gut aufgenommen. Das ist gecimt. Das ist krass, wie gut das time wird. Ich kenne es nicht klar. Jungs, es gibt mir ein Schattenbox, die Most Importance. Ok. Alter. Ich hab einen Shackenbox. Oh nein. Waran. Ich hab einen Shackenbox. Ich hab einen Shackenbox nicht mehr. Nein. Ich hab einen Shackenbox. Ich hab einen Shackenbox. Wer hat denn jetzt dabei bei Fortner? Boah. Maulwurf ist nachlässig geworden. Ich glaub. Ich glaub, man muss mal eine Rollenframme und Maul vier zu lange tauschen. Maul soll mal Taten noch abgeben. Wohin? Wohin. Wohin? 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 Nein, ich wollte es nicht. 10 Cent schaffst. 10 Cent. Wollt nicht zu hoch gehen. Schafft er nicht, sag ich. Schafft er nicht, schafft er nicht. Big Shot, easy. Er kann mit Druck umgehen. Okay, da seh ich mich. Da seh ich mich komplett. Nein! Oh nein! Oh oh Iäh! Oh holes in den SD, genau. Hallo das M goodball! Oh oh oh. Oh oh. Oh 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 no. Nein, da bin ich drin! Nein, da liegt er so eklig! Mach nix Moro bitte, für mich! Ich muss an der Seite vorbei stehen. Oh, ich seh was, war er so schlau. Der war aber gut gedacht. Ja, ich auch. Ne, unentschieden, wenn du jetzt rein machst. Eindruck aber. Nein, nein, nein. Unentschieden. Oh, nur den Versagen. Aber gute Map, die hat mir gefallen. Cool Arbeit mit der Musik auch. Ja, was steht denn jetzt an? Soll ich noch Maps raussuchen? Fortnite? Nein, nein, nein.